Dido Sumikogurashi Jo, Japan obviously und hat 1% von irgendwas und ansonsten kann ich absolut nichts sagen. Keine Kohlensäure? Okay. Multivitamin Bonbon, sieht aus wie Wasser, ist es aber nicht, Apfel, wieder Pfirsich, Traubefleisch, okay, so ein Flavoured Water, also Wasser mit Geschmack, nicht süß, ja Apfel, bei bei Apfel, vielleicht auch Birne. Ja, Surprise Level, Medium und Overall, was der Barkeeper nicht kennt, Score, heißt nicht. 4 von 10, ja 4 von 10. Guarana, Antarktika, aus Brasilien, hergestellt in Portugal, sehr süß, Guarana, ja, bisschen, Surprise Level, 5 von 10, was der Barkeeper nicht kennt, Score. 6 von 2. Wieder Japan, wieder so eine kleine Airline Dose, ich sehe Erdbeeren. Ich kann sagen, es ist von Santori. 1% von irgendwas ist drin, 2,2% von irgendwas ist drin und dann nochmal 6,8% von irgendwas anderem. Okay, let's see. Oh oh, oh. Erdbeermilch. Hihihi. Ja, Erdbeermilch. Na, Erdbeermilch ist noch nicht abgelaufen. Erst normal und dann so ein klein bisschen bitter am Ende. Keine Überraschung oder beziehungsweise doch eigentlich schon, weil Erdbeermilch aus der Dose hatte ich noch nicht. Also Überraschung, 6 von 10. Ansonsten 4 von 10. 4 von 10. 1. 2. 2. Untertitelung des ZDF, 2020